Hallo Freunde, ich grüße euch. Wie ihr seht, ich bin hier gerade in Köln. Ich stehe vor dem Kölner Dom. Ein riesiges Schosses hatte. Heute sind wir bei McDonalds. Heute drehen wir den Werbespot für unseren MKOD. Das werden also alle Themen. Ich hoffe, meine Stimme ist immer noch ein bisschen kaputt von Tour. Aber ich denke, man kommt schön rockig. Ich probiere mal den Videobank gehen. Also Freunde, bis gleich. So, wo wir jetzt waren gekommen am McDonalds. Das ist eine riesen Hütte. Und hier stehen schon so viele Autos rum. Und jeder wird hier irgendwas zu tun haben. Ich habe schon gehört, dass das so ein riesen Projekt ist und dass da ein Haufen Leute rumwuseln. Ich bin echt gespannt. Also kommt einfach mal mit Freunde. Ich bin auf McOding. Ich habe schon versucht, den Chef von McDonalds zu überreden, dass er sein komplettes Sortiment umstellt, praktisch. Auf Howdy. Auf den McOding. Da ist eigentlich alle drin, aber was man braucht. Ich verstehe es gar nicht mehr. So, da kommt man mit. Und es war kalt bei euch, Freunde. Jetzt kriege ich immer gar nicht. Das ist meine Perle, ja? In dem Clip. Das ist die Sarah. In dem Clips. Im Eclips. Im Eclips drin. Ja, und ihr seid sozusagen die Komparsen. Was? Schönen Tag, er wird mal in die Bestellung mit der jungen Mann. Was möchten Sie? 20 McOding. 20? 25. Machen wir 25 draus. Ja, wie? Machen wir hier 25 McOding, bitte? Ja, die Jungs haben Hunger. Kommt sofort. Ein kleiner Umblick bei ihm. Wir nehmen jetzt hier den Radiospot auf für unseren Bekau-Ding, für die Leute, die zuhause gehen, tanzen. Oder so wie wir immer nur beschäftigt sind und dann mehr Radiospott machen können. So wie wir immer nur beschäftigt sind und dann mehr Radiospott machen können. Können wir wachen? Okay, warte, 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 warte. Ah, die Stocke war. Wede besser ist sie. Klappe nur die 725. Action. Ja, Freunde, ist doch ein Schade. Steht hier drauf über... Steht nicht Bekau-Ding. Versteht auch nicht. Oh, du bist aber 100.000 heute. Yes, son. Lärft total. Aber unser wird ganz schnell hier. Kennst du den auch? Klappe. 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 Jetzt sehen wir jetzt meine neue Perle. Schieß mal, ich meine. Sieht der gellend. Ja, der auch, aber ich meine die Birke. Wir sind mitten beim Drehen. Ich habe bestimmt schon 50 Mechapoli gegessen. Mindestens. Die schmecken gut, oder? Sehr ehrlich. Sie wartet nämlich immer nicht auf die Spucktüte, weil so viel kann man ja nicht essen, sondern sie ist immer gleich offen und ist so ein Schluck runter. So Freunde, ein Tag geht zu Ende. Da war ich ja Knaller gewesen, mal bei einem Werbespot mitzudrehen und mitzuwirken. Die waren alle ganz toll nett gewesen. Man hat ja immer so überlegt, ach Mensch ey, so viele Menschen. Aber das war sehr persönlich und die waren alle sehr, sehr nett gewesen. Ich freue mich, die alle mal wiederzusehen irgendwann. Aber am meisten freue ich mich jetzt, dass der Meghouding in die Läden kommt und der geile Werbespot am Fernsehen läuft. Und ihr könnt euch drauf freuen. .